Also Leute, am 31. August ist Landtagswahl. Macht euch stark und gebt alles für eine starke FDP im Landtag. Danke. Hallo Freunde, der Ball muss zum 31. August ins Rollen kommen für die FDP. Wir brauchen jede Stimme, wir brauchen Freunde, Kollegen. Bitte redet mit ihnen und sagt, dass FDP und Mittelstand hier ungeheuer wichtig sind, miteinander verknüpft sind. Und ohne einen starken Mittelstand ist Sachsen eben nicht mehr das starke Sachsen, auf das wir stolz sein können. Also gebt alles. Wir müssen es schaffen. Mindestens, mindestens 6 Prozent. Am 31. August gilt es. Landtagswahl in Sachsen. Ihr legt los, wir legen los. Es kommt auf alles an, auf jede Stimme für den Wiedereinzug in den Landtag, für eine neue Regierungsbeteiligung und für die Freiheit in unserem Land. Leute, es geht los. Der Wahlkampf hat begonnen am 31. August, ist sächsische Landtagswahl. Bitte wählt die sächsische FDP um Holger Zastrow für das sächsische Handwerk. Wir brauchen eine ganz starke Stimme im Landtag für unser sächsisches Handwerk. Ich danke euch. Liebe Freunde, jetzt geht's los. Nachdem wir im großen Finale waren, kommt euer großes Finale jetzt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Wert drauf legt, auf die Werte, die ich schätze. Menschlichkeit in der FDP. Gebt Gas bis zum Schluss. Hier ist euer Anstoß für den Endsport in der FDP. Warum FDP wählen? Ganz einfach. Die letzten 5 Jahre. Prima, super Verkehrspolitik. Neue Straßen. Führerschein mit 15. Damit es die nächsten 5 Jahre so weiter bleibt, Leute. Schmeißt euch rein. Macht Wahlkampf. Sammelt die Stimmen. Damit wir in den nächsten 5 Jahren sagen können, jawohl, es ist weiter vorwärts gegangen. Sachsen geht es gut. Viele tausend neue Arbeitsplätze, eine brummende Wirtschaft. Und das auch dank der FDP in der sächsischen Staatsregierung. Als Unternehmer wünsche ich mir auch im nächsten Landtag eine starke FDP in Regierung und Landtag. Das wird nicht einfach, aber gemeinsam packen wir das. Auf geht's, Holger. Und das wird nicht einfach, weil wir das. Auf geht's, Holger. Und das wird nicht einfach, weil wir das. Auf geht's, Holger. Untertitelung des ZDF, 2020